Willkommen zurück, hier bei Rayman Legends. So schießt man einen Drachen. Heimgesucht. Oh nein! Muss ich jetzt wieder gegen den Drachen kämpfen? Was? Los geht's! Ja, komm schon! Alter, war das knapp! Oh wow! Oh Gott! Oh! Das Spiel macht mich fertig. Uiuiuiuiuiuiui! So, dann gehen wir mal in die nächste Welt. Was ist das denn? Endlich gut, alles gut? Achso, ich kann da schon spielen? Äh, was soll der denn? Wieso? Entschuldigung! Entschuldigung, ich finde das gerade lustiger, als zu sagen, hier ist. Oh, das kann ich doch nicht mit mir machen! Oh! Oh! Ja, und jetzt? Genau! Achso! 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 Ist das albern, ey! Oh Gott, ey! Ist das präglich! Äh, was? Ja, das war jetzt nicht so schlau. Achso! 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 Diese blöde Ente, ey! Ich bin, wenn du nicht gesagt hast. Oh Gott, wenn du nicht so schlau. Oh Mann, ey. Ich bin eben. Oh Mann, ey. Ich bin echt drin. Oh shit, oh shit! Nein, 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 nein! Das war jetzt ein bisschen blöd. Ei, 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 sowas! Oh, was mach ich denn? Das war ja dämlich. Oh, was ist denn los? Ah, so ist das gedacht. Eine Tomate? Ne, eine Paprika. Nein! Oh, so ein Mist. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh. 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 Wieso ist er? Ich hab Zeit. Jo, kann man was machen. Ach! Ah! Was? Ja, klar. Oh, wow. Wahnsinn. Da haben wir aber ganz schön was eingesammelt. Oh, wow. Juhu! Juhu! Ja, aber jetzt will ich nur mal schauen, wieviel Level es hier gibt. Also, ja. Dorn 1135. Das faule Früchtchen. Okay, okay. Ja, ich wusste das, was ich das gleich schnappen kann. Oh, warte. Wow! Äh, und wo? Wapp! Warum ist er denn jetzt hängengesprungen? Hä? Wenn ihr im Rennkommand oder was? Uh! Juhu! Ach, cool! Das war ja lustig. Oh, oh. Oh, oh. Was ist denn das hier, Super Meat Boy oder was? Oh, ich dachte jetzt... Echt, ich hau daneben, ey. Juhu! Ja, soviel habe ich ja jetzt noch nicht gesammelt. Ja, soviel habe ich ja jetzt noch nicht gesammelt. Juhu! 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 Oh, shit. Kralen. Da geht's rein, oder? Ah, das habe ich nicht gesehen. Warum hat er jetzt eine Stampfattacke gemacht? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Oh, die hat's. Ah, okay. Oh, shit. Oh. Oh. Hallo? Ach, hier. Ah! Was macht er denn? Warum? Das war jetzt ein bisschen albern. Huch! Ist das denn jetzt also geruckelt? So! Okay, ich muss anscheinend runter. Okay. Ja, viele waren das jetzt nicht, aber... ...aber okay. Njooon! Was? Lauf! 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 WELL! Okay, yeah, gut. Okay, cool! Oh, okay! Oh, okay... Okay, cool! Jetzt um, das ist arm Researchers, jetzt bei Sie. Yeah! Okay. No, okay. Oh, okay, cool! Das war knapp. Das war knapp. Oh, das spielt ja auch ganz gut. Oh, das spielt ja auch ganz gut. Oh, sehr cool. Was ist das? Glückwunsch. Okay. Sie sind aus der 4. Elemente Weltfeier hat das ganze Jahr durch. Aber dass ihre Welt angegriffen wurde, war es der erste, der sich dem Feind entgegengestellt hat. So, dann machen wir noch mal ein paar Glückslose auf. Sehr cool. Ja, noch mal eure Gems, ja, bitte. Naja, okay, ist besser als nichts. Robust, was haben wir hier, die Balance? Die Toasts und die Geister. Und hier haben wir noch gar nichts. Wie er sich freut beim Rennen. Ist schon allweil. Ach so. Äh, pff. Was war auf das nächste Level? 135 waren es, ja, okay. Müssen wir mal schauen, wie wir hier hinkommen. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Sag ich mal, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Rayman Legends. Ciao. Bis zum nächsten Mal.